Bang, Panik. Ich meine, sie ist regelrecht geflohen. Zack, ins Platt. Und wie deutest du das? Ich weiß nicht, es ist durcheinander. Irgendwas fühlt sie für mich, traut sich aber nicht, sich das einzugestehen. Bist du dir da sicher? Hallo, was kann ich euch bringen? Wir nehmen zwei Kaffee und sitzen da vorne, ja? Ja, okay. Also, wenn Trista neulich nicht dazugekommen wäre, dann hätten wir uns geküsst. Hier im Pool. Ach Mann, wenn schon nichts passiert, dann muss ich wenigstens drüber reden. Vielleicht, vielleicht musst du dir ja einfach Gewissheit verschaffen. Das sagst ausgerechnet du? Vor zwei Tagen warst du noch der Meinung, dass ich mir was einbilde. Das tust du ja auch vielleicht. Aber... Ja, meinst du, ich hätte gedacht, dass ich mich mal in Mann verliebe? Und dann kam Olli. Ich verstehe es nicht. Wenn du die Idee grundsätzlich gut findest, warum zögerst du? Dann ist das wegen Rebecca. Nein, Quatsch. Es ist nur, dass ich nicht will, dass dann irgendjemand sagt, dass sich die Lahnsteins gegenseitig Jobs zuschustern. Wir nehmen Rebecca, weil sie gut ist, weil sie den Zeitgeist lebt und weil sie hot ist. Vielleicht. Du hast doch sonst eine bessere Meinung von Rebecca. Also, was ist los? Nichts. Rein gar nichts. Und was ist, wenn sie wirklich was für mich empfindet und sich das endlich eingesteht? Keine Ahnung. Vielleicht Verdrängung, Ablehnung, Selbsthass. Ja, Rebecca, ich hab das alles selber durchgemacht. Und dann muss sie halt die Konsequenzen ziehen. Das klingt so, als ob noch ein weiter Weg vor uns liegt. Ja klar, das Ganze ist nur ein Job. Ihr könnt ein bisschen an der Rumpf fummeln und könnt mit den Nadeln und mit den Knöpfen spielen. Danke. Hey, ich halte mich zurück. Außerdem ist Tristan dabei. Die beiden knuschen sowieso die ganze Zeit vor meinen Augen rum. Weil sie dir damit ein Zeichen geben will. Ja, dass ich sie in Ruhe lassen soll. Und das werde ich auch in Zukunft tun. Soll sie eben alleine mit ihren Gefühlen klarkommen. Oder auch nicht. Was gibt's denn da zu grinsen? Weil das vielleicht eine sehr bizarre Situation ist, Rebecca? Du bist in die Freundin deines Bruders verliebt. Ja. Wie im französischen Film. Und der hat meistens kein Happy End. Ich weiß. Ich werde keinen Fehler machen. So viel steht fest. Wenn das so wäre, dann würdest du diese Aktion eh abblasen. Toll. Also damit signalisiere ich ja noch mehr, dass ich was für sie empfinde. Was soll Tristan denken? Nein, ich bin Profi. Ich habe mich unter Kontrolle. Ja. Ich habe gesagt, dass ich nicht mit dir reden will. Ich habe nur gefragt, ob es in Sachen M-Punkt irgendwelche Entwicklungen gibt. Nein. Ja. Was? Du pass auf, es ist gerade schlecht. Ja, ich komme jetzt einfach mal bei dir vorbei. Tschüss. Eine hervorragende Idee. Was? Dass du dich mit jemandem irgendwo anders triffst. Ich hoffe nur, es ist kein Date. Und wenn, dann will ich es gar nicht wissen. Und ich hoffe, du gehst jetzt gleich. Deine Hoffnungen wurden erhört. Andi, wenn du dich jetzt nicht gleich ausschwingst, dann erzähle ich allen, dass du heimlich auf meinem Steppe trainierst. In meinen Hotpants. Das stimmt überhaupt gar nicht. So. Ja. Kommt bitte erst zurück, wenn ich euch ein SMS geschrieben habe, ja? Möchtest du beim Bruder jetzt einen Heiratsantrag machen, oder was? Ich hoffe ja immer noch, dass er zur Vernunft kommt. Danni und ich haben uns jetzt 25 Stunden, 13 Minuten und 30 Sekunden nicht gesehen. Genau deshalb plane ich einen Pedage-Abend. Wir wollen gar nicht wissen, was das ist. Ein perfekter Daniel-Jessica-Abend. So was gibt es überhaupt gar nicht. Da kommt immer irgendwas dazwischen, also probier es erst gar nicht. Und ich? Bei mir funktioniert alles, ja? Ciao. 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 Als könnte ich die Finger nicht von ihr lassen. Natürlich kann ich das. Auch wenn es schwer fällt. Ich meine, sie steht halbnackt vor mir und ich schaue sie an. Ich schaue ihr in die Augen und will sie einfach nur küssen. Scheiße. Aber ich habe ihr nur den Blazer abgesteckt. Ehrlich, ich habe sie nicht angemacht. Ja, ich glaube dir. Ja, Marlene bildet sich das alles nur ein. Und warum? Ja, und jetzt glaubst du, sie hat sich eigentlich aus einem ganz anderen Grund aufgeregt und will sie von mir die Bestätigung einholen. Nein. Nein? Ich weiß, dass es so ist. Marlene hat Schiss, weil sie sich das erste Mal von einer Frau angezogen fühlt. Und jetzt schlägt sie wild um sich. Ich meine, ist doch wahr. Ich habe ihr gesagt, ich gebe ihr die Zeit, die sie braucht. Aber nicht, wenn sie dabei auf meinen Gefühlen rumtrampelt. Mist. Hey. Hey, wenn du was trinken willst, schau es uns glück bei dir. Ja, das auch. Und, äh, du sag mal. Ja. Willst du vielleicht reden? Reden? Worüber denn? Du weißt doch sowieso schon alles. Oder außerdem, was wird das hier in der Selbsthilfegruppe? Hallo, ich bin Marlene. Ich habe beim Flaschendrehen eine Frau geküsst. Und das muss ich jetzt unbedingt mit einem Schwulen besprechen. Krass. Du hast ja wirklich Redebedarf. Nein, habe ich nicht. Und falls du es vergessen hast, dich habe ich auch geküsst. Und das war nicht gerade ein schneller Schmotzer. Das habe ich nicht vergessen. Willst du vielleicht darüber reden? Nö. Wie wundervoll. Dann können wir die Selbsthilfegruppe ja wieder auflösen. Was war denn eigentlich mit Rebecca im Pool? Das weißt du auch schon. Hat Rebecca dich geschickt, um mich auszuhorchen? Wenn sie wüsste, dass ich hier mit dir rede, wäre sie wahrscheinlich sehr sauer. Und wusstest du eigentlich, dass ich mal mit einer Frau zusammen war? Mit Nico? Und sie war nicht die Einzige. Nee. Das wusste ich nicht. Aber egal, spätestens jetzt geht dieses Gespräch in eine völlig falsche Richtung. Ach, und ich war so sauer auf Olli. Der hat mein ganzes Gefühlsleben durcheinander gemacht. Aber mein Gefühlsleben ist total in Ordnung. Ich bin mit Tristan zusammen ein bisschen glücklich. Das könntest du, Rebecca, ausrichten. Abonnie. Gut. Auch mal. Wolltest du zu mir? Nein. Ähm, doch, irgendwie, aber... Ich fürchte, ohne unsere Hauptdarstellerin bringt das Ganze reichlich wenig. Vielleicht ist Marlene inzwischen aus dem Stau raus. Ich versuch's nochmal. Also, das, was du vorhin, was du vorhin über Olli und, weißt du, vorhin über uns... Verdammt, aber ich stotter nie. Was soll das denn? Hm. Kaffee, Kekse, Karotten und... Ach, guck mal hier. Was haben wir denn da? Rotwein. Wie wär's? Ja, sehr gerne. Das ist die Mobilbox von Marlene von Lahnstein. Leider bin ich zur Zeit, nicht zu erben. Tee und Kekse. Jetzt fühl ich mich endgültig wie in einer Selbsthilfegruppe. Wenn du zum Reden Rotwein brauchst, kein Problem. Nein, vielen Dank. Ich bleib beim Tee. Olli war schuld. Das hab ich damals so gedacht. Er war schuld daran, dass ich total verwirrt war. Er war schuld daran, dass ich mich nicht mehr wie ein Mann gefühlt habe. Ja. Ich hab lange gebraucht, um zu merken, dass ich mich einfach in einen Menschen verliebt habe. Egal, ob Frau oder Mann. Einfach ein Mensch. Ja. Vielleicht Vielleicht ist das wirklich die richtige Einstellung. Wenn ich an Rebecca denke... Stör ich euch etwa? Ja. So wird das übrigens nix, Leute. Ich beende mal eben gerade euer kleinen Teekranz. Dann gleich geht's kernig weiter mit Bier und Bruce Willis. Früher warst du da, fand ich Flaschen drin echt witzig. Du tust Dinge, die du sonst nie tun würdest. Das meiste davon findest du schrecklich. Aber du bist so betrunken, dass du es schon wieder lustig findest. Aber dieser Kuss... Der war weder schrecklich noch lustig. Das hat mich einfach ungehauen. Sowas hab ich noch nie erlebt. Seither... Ich träum von ihr. Ziemlich eindeutige Sachen. Falls du verstehst, was ich meine. Was Rebecca da heute gesagt hat. Ich glaube, es stimmt. Obwohl ich nie in eine Frau verliebt war. Noch nicht mal als Teenager hab ich was mit einer Frau angefangen. Nicht mal aus Spaß? Nie. Verliebt? Verliebt? Also nicht, dass du jetzt denkst. Nein, ich bin nicht in Rebecca verliebt. Ich kann nur verdammt nochmal nicht aufhören, an sie zu denken. Wie gesagt, es tut mir leid, dass sie umsonst hierher gekommen sind. Aber den Verkehr hat man leider nicht unter Kontrolle. Auf Wiedersehen. Wir holen den Termin auf jeden Fall nach. Tristan tut alles für mich. Wir sind glücklich. Endlich. Aber warum kann ich nicht aufhören, an Rebecca zu denken? Komm her. Marlene? Du hast dich.